SpaceX gelingt erneut das Unmögliche. Starship-Start Nummer 5, die beeindruckendste technische Meisterleistung, die ich je live gesehen habe. SpaceX bekommt Notfallzulassung für Starlink-Handysfunk wegen Hurricane Milton. Falcon 9 startet Asteroiden-Mission Hera für die ESA. Rocket Lab wurde nun für Mars Sample Return nachnominiert. Und das spanische PLD Space stellt große Raketenfamilie und Crew-Kapsel vor. Das und noch mehr schauen wir uns heute an. Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, dem Raumfahrtkanal im deutschen Sprachraum. SpaceX hat jetzt am Sonntag, 13. Oktober, sein fünftes Starship gestartet. Reden wir nicht lang drumherum. Und auch den 71 Meter hohen Super Heavy Booster nach dem Flug weich auf dem Start- und Fangturm gelandet. Das war die beeindruckendste ingenieurstechnische Meisterleistung, die ich je live gesehen habe. Ich stehe immer noch unter den Auswirkungen. Aber von Anfang, für die meisten ziemlich überraschend, kam die Startlizenz der amerikanischen Flugaufsichtsbehörde FAA am Samstagabend. Und nur Stunden vor dem geplanten Start. Die beiden Hauptziele für diesen Testflug bestanden darin, den Super Heavy Booster 12 sicher zurück zur Startrampe zu bringen und dort zu landen. Ja, und das zweite Ziel war ein kontrolliertes Landen der Oberstufe im Zielgebiet. Spoiler, auch das gelang. Und so gab es tatsächlich auch Bilder von einer Boje im Zielgebiet, die das brennende Starship 30 im Indischen Ozean zeigte. Eine Bergung war aber nicht geplant. Nach dem Betanken mit etwa 4.600 Tonnen Flüssigmethan und Sauerstoff hob das gewaltige Starship 7.27 Uhr Ortszeit, 14.27 Uhr mitteleuropäischer Zeit, ab. Die 121 Meter hohe Rakete, das schwerste menschengemachte fliegende Objekt aller Zeiten, das verließ den Starttisch in Südtexas in der Starbase, als wäre es das normalste der Welt. Die 33 Raptor-Triebwerke der R-Stufe des Super Heavy Boosters, die erzeugten laut SpaceX unglaubliche 7.700 Tonnen Schub. Mehr als das Doppelte der legendären Mondrakete Saturn V. Nach dem Start brannten alle 33 Raptor-Triebwerke der ersten Stufe über die gesamte Brennzeit bis zur Stufentrennung. Dann schalteten fast alle Triebwerke geplant ab und die Rakete führte ein Hot-Staging durch. Dabei zündete die Oberstufe alle ihre Triebwerke, obwohl sie noch an der Unterstufe befestigt war. Beide Teile entfernten sich sicher voneinander und das Starship flog dann weiter in Richtung Zielflugbahn Richtung Australien. Der Booster drehte sich um und zündete seine 13 zentralen Triebwerke. Durch dieses Manöver wurde die Flugbahn zurück zur Startrampe gedreht. Nach der Umkehr stieg der Booster noch eine Zeit lang ohne Antrieb auf, bis über die Grenze zum Weltraum. Bevor er dann seinen freien Fall Richtung Startplatz antrat. In den dichten Atmosphärenschichten wurde die Steuerung über die Gitterflossen realisiert. Das Prinzip kennen wir von der Falcon 9 von SpaceX. Was wir nicht kannten, waren die Live-Aufnahmen von außen, die den Starship-Booster bei seinem Ritt durch die Atmosphäre zeigt. Der Flug des Boosters, der endete dann mit dem Zünden der zentralen Raptor-Triebwerke und butterweichem Einschweben in die Fangarme des Statums, den sogenannten Chopsticks. Laut SpaceX war die Landegenauigkeit auf dem vorherigen vierten Flug, wenn auch auf offener See, 5 Millimeter. Ziemlich beeindruckend eine solche Genauigkeit für einen immerhin 71 Meter hohen Booster, der da aus dem Weltraum zurückkehrt. Das hat offenbar bei SpaceX das Vertrauen in die Fähigkeiten der Rakete, vor allem aber der Steuerbarkeit in der Atmosphäre bei der Landung so gestärkt, dass Booster 12 nun tatsächlich zur Starbase für eine Landung zurückkehrte. Diese spektakuläre Landung, nur etwa sieben Minuten nach dem Start, die soll die langfristigen Pläne zur schnellen Wiederverwendbarkeit des Systems unterstützen. So braucht der Booster keine Landebeine und kann theoretisch sofort nach einem Start wieder auf den Starttisch gestellt werden, um dann nach einem Betanken erneut zu starten. Mittlerweile steht der Booster übrigens auch schon wieder auf dem Starttisch. Laut SpaceX konnten bei der ersten Inspektion nur leichte Schäden festgestellt werden. Auch bei der Rückkehr konnten wir ja ein paar Flammen da zünden sehen und den Schaden auch schon ein Teil von außen sehen. Tendenziell insgesamt aber heil und konnte sicher von seinem Resttreibstoff enttankt werden. Der Booster wird nun mit Sicherheit eingehend durch die SpaceX-Teams untersucht, um zukünftige Booster-Generationen noch besser zu machen. Ich kann nicht sagen, ob SpaceX den Booster wiederfliegen wird. Der erste SpaceX-Falcon-9-Booster, dem eine Landung gelangt, der flog ja kein weiteres Mal und steht als Denkmal vor der SpaceX-Falcon-und-Dragon-Fertigung in Hawthorne, Kalifornien. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass SpaceX am Sonntag einen gewaltigen technischen Durchbruch erzielt hat. Erster Versuch, direkt eine weiche Landung. Chapeau. Im Stream habe ich gesagt, während alle anderen noch mit Wegwerfraketen spielen, hat SpaceX gerade die Raumfahrt durchgespielt. Im Starship-Programm, da ist noch viel zu tun. Gerade die Oberschufe hat trotz Hitzeschild-Upgrades wieder nicht die beste Figur gemacht, wenn es um verlässliche, vollständige, schnelle Wiederverwendung geht. Aber seien wir ehrlich, diese Firma, dieses Team, was soll denen nach diesem Erfolg nicht noch alles gelingen? Oder wie sagte Hans Königsmann in einem Interview bei mir, was SpaceX sich vornimmt, das wird passieren. Vielleicht nicht heute oder morgen, aber es wird passieren. Ja, und was für spannende Zeiten dann auf uns zukommen. Mond, Mars, here we come. Ich war glaube ich nicht der Einzige, den dieser Start dann doch überrascht hat und vor allem der Ausgang. Dass es weiter auf den Start zugelaufen ist, das konnte man unter anderem an den Aktivitäten in der Starbase letzte Woche ablesen. So wurde da ein zweiter Betankungstest der gesamten Rakete durchgeführt, wenn auch nur mit Teilbetankung. Sicherster Hinweis für einen Start, die Installation des Flugabbruchsystems. Dass er ein System aus Sprengladung über die Rakete verteilt, das im Falle eines Startfehlers der Flugsteuerung die Möglichkeit gibt, die gesamte Rakete zu zerstören, bevor sie einen gefährlichen Kurs einnimmt. Wurde zum Glück dann nicht gebraucht. Ja, ich hoffe ich bin mit Senkrechtstarter nach fünf Jahren auf dem richtigen Kurs und wir müssen nicht das Flugabbruchsystem aktivieren. Dass es fünf Jahre geworden sind, das verdanken wir den Senkrechtstarter Schutzengeln, also allen Menschen, die den Kanal regelmäßig monetär unterstützen. Im Namen aller Zuschauer und besonders herzlich von mir ganz, ganz großes Dankeschön an euch. Ja, wenn auch du aktiv mithelfen möchtest, den deutschen Sprachen für Raumfahrt zu begeistern, genau unter dem Video gibt es einen Link zur YouTube-Kanal-Mitgliedschaft. Vielen, vielen Dank. SpaceX hat von der US-Telekommunikationsbehörde FCC eine 15-tägige Hurricane-Sondergenehmigung erhalten. Während des Hurricane-Miltons sollten T-Mobile-Kunden in Florida so weltraumbasierte Konnektivitätsdienste bereitgestellt werden. Kein Breitband, sondern nur Textnachrichten ausgebieten, die ihre Mobilfunkdienste so verloren haben. SpaceX hat dafür extra über 100 Satelliten aktiviert. Ähnliche Maßnahmen hat man nach Hurricane Helen in North Carolina ergriffen. Die Dienste sind derzeit auf bestmöglicher Basis verfügbar, da Starlink-to-Phone noch nicht vollständig einsatzbereit ist. Zusätzlich bietet SpaceX einen Monat kostenlos Starlink-Internet-Services in den von Hurricane Helen und Milton betroffenen Gebieten an. Laut eigenen Angaben hat SpaceX für Milton über 10.000 Starlink-Kids nach Florida geliefert. Die amerikanische Luftfahrtbehörde FAA hat den Start der Falcon 9 für die europäische Asteroid-Mission Hera genehmigt. Ich hatte letzte Woche bereits darüber berichtet, dass der Flugbetrieb der Falcon-Raketen vorübergehend ausgesetzt wurde, da es mit einer Falcon-Oberstufe beim Crew-9-Flug eine Anomalie gegeben hatte. Die Anomalie war nach dem Aussetzen des Crew-9-Dragon aufgetreten und hatte zu einem Wiedereintritt außerhalb der geplanten Zone geführt. Die von der FAA erteilte Sondergenehmigung, die umfasste unter anderem den Hera-Start für die ESA und die Europa-Clipper-Mission für die NASA. Andere Falcon 9-Missionen mit der Orbit Burn bleiben bis zur Untersuchung des Crew-9-Voraufhalts ausgesetzt. SpaceX hat aber bereits am 4. Oktober einen Untersuchungsbericht bei der FAA eingereicht. Also Falcon 9 durfte doch wieder starten. Eine Falcon-9-Rakete hat dann gleich am 7. Oktober erfolgreich die europäische Asteroid-Mission Hera ins All gebracht. Der Start erfolgte um kurz nach 11 Uhr Ortszeit in Cape Canaveral, Florida. Etwa 76 Minuten später setzte die Rakete dann die Hera-Mission der ESA auf eine interplanetare Flugbahn. Hera wird das Asteroidenpaar Didymos und die Morphos untersuchen. Was war mit den beiden? Genau, die Morphos wurde vor zwei Jahren von der NASA-Mission DART absichtlich getroffen. Das hat den Orbit des Bockens um seinen großen Bruder merklich verändert. Es sollte die Fähigkeiten zur Asteroidenabwehr testen. Hera wird voraussichtlich 2026 bei Didymos und die Morphos ankommen und beide dann mit zwölf Instrumenten in mehreren Phasen untersuchen. Am Donnerstag, 10. Oktober, ist von Qicheng eine lange Marsch 3B mit einem Testsatelliten für Satelliteninternet aus einem hohen Orbit gestartet. Die NASA hat Rocket Lab beauftragt, ein alternatives Konzept für das Mars-Sample-Return-Programm zu entwickeln. Rocket Lab soll nun eine vereinfachte und günstigere Mission entwerfen, um die vom Mars-Rover Perseverance gesammelten Proben deutlich früher zur Erde zu bringen. Statt der von der NASA veranschlagten 11 Milliarden Dollar und der Realisierung 2040 will Rocket Lab die Mission bis 2028 starten und die Proben spätestens 2033, eventuell schon 2031 zur Erde zu bringen. Die Kosten sollen auf unter 2 Milliarden US-Dollar gesenkt werden. Der Plan sieht vor, zwei Neutron-Raketen im Abstand von zwei Monaten zu starten. Eine transportiert einen Erdrückkehr-Orbiter, die andere Rakete einen Lander mit einer Mars-Aufstiegsrakete. Perseverance liefert die Proben dann zum Lander, wo ein Roboterarm sie in die Aufstiegsrakete lädt. Diese Aufstiegsrakete soll die Proben dann in den Mars-Orbit starten, wo der Erdrückkehr-Orbiter sie aufnimmt und zur Erde bringt. Neben Rocket Lab hatte die NASA bereits im Juni sieben weitere Unternehmen ausgewählt, darunter Blue Origin und SpaceX. Das spanische Raketen-Startup PLD Space hat neue Raketen vorgestellt. Nach einem halb geglückten Suborbital-Test im letzten Jahr wird der Erstflug der Orbital-Rakete Miora 5 2025 erwartet. BLD Space präsentierte letzte Woche drei neue, größere Raketen. Miora Next, Miora Next Heavy und Miora Next Super Heavy. Die Miora Next wird das Grundmodell sein, eine zweistufige Rakete. Die Heavy-Variante wird über zwei Booster verfügen, die Super Heavy dagegen über vier Booster. Sowohl die erste Stufe als auch die Booster sollen wiederverwendbar werden. Die kleinste der drei, die Miora Next, soll über 13 Tonnen in einen niedrigen Erdorbit bringen können, während das stärkste Modell bis zu 53 Tonnen transportieren soll. Der erste Flug der Miora Next, der ist ja 2030 geplant. Gefolgt von der Miora Next Heavy, ein bis zwei Jahre später, die Super Heavy-Variante, die soll dann bis 2033 eingeführt werden. Auch spannend, zusätzlich zu den neuen Raketen stellte PLD Space unter dem Programm Linz eine Crew-Kapsel vor, die sowohl Fracht als auch Besatzung in die niedrigen Erdorbit transportieren soll. Die Fracht-Version, die soll bis zu 5 Tonnen 2SS liefern und knapp 3,5 Tonnen zur Erde zurückbringen können. Bei Crew-Missionen bietet die Kapsel Platz für vier bis fünf Astronauten. Noch schnell die Starts der Woche, 14. Oktober, Falcon Heavy mit Europa-Clipper für die NASA Richtung Jupiter. Zwei Starting-Starts sind angekündigt. Langer Marsch 6a von Taichuan am 15. Oktober. Wochenabschluss vermutlich, langer Marsch 4c am Mittwoch, 16. Oktober von Jikuan. Ja, ich hoffe die News, die haben dir wieder gefallen. Wenn ihr ja den Like nicht vergessen, abonnieren nicht vergessen, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Die Raumfahrt ist und bleibt spannend. Hashtag Apollo-Moment. Ich würde sagen, auf die nächsten fünf Jahre senkrecht Starter. Immer schön senkrecht bleiben. Dein Mo.